Wir haben uns in Teil 1 damit beschäftigt, was ein Deckungswert ist und welche praktische Bedeutung die Deckungswerte für den Pfandbrief haben. Jetzt wollen wir uns näher mit den konkreten Anforderungen an die Deckungswerte des Hypothekenpfandbriefs beschäftigen. Das Pfandbriefgesetz stellt zum Schutz der Pfandbriefgläubiger hohe Anforderungen an die Deckungswerte. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von der Deckungsfähigkeit. Schauen wir uns diese Voraussetzungen gemeinsam an. Die 60%-Grenze schützt die Pfandbriefgläubiger vor dem Risiko eines Wertverlustes der Immobilie. Sie besagt, dass eine grundpfandrechtlich gesicherte Forderung nur in Höhe der ersten 60% des Beleihungswertes der Immobilie durch Pfandbriefe refinanziert werden darf. Hinzu kommt, dass der Beleihungswert regelmäßig deutlich geringer ist als der aktuelle Marktwert einer Immobilie. Im Gegensatz zum ständig schwankenden Marktwert ist der Beleihungswert unabhängig von konjunkturellen Wertschwankungen und stellt auf die langfristigen und nachhaltigen Merkmale der Immobilie ab. Er wird von einem unabhängigen und speziell dafür ausgebildeten Gutachter ermittelt. Die Einzelheiten der Bewertung regelt ein spezielles Gesetz, die Beleihungswertermittlungsverordnung. Ist das Grundstück bebaut, wird der Wert des Gebäudes nur dann beim Beleihungswert, Werterhöhen, berücksichtigt, wenn das Gebäude versichert ist und die Pfandbriefbank die Entschädigungsleistung direkt von der Versicherung erhält. Die Versicherung muss mindestens die nach Lage und Art des Objektes erheblichen Schadensrisiken einer Beschädigung oder Zerstörung des Gebäudes erfassen. Welche Arten von Immobilien sind deckungsfähig? Es werden nicht nur gesicherte Kredite zur Finanzierung von Wohnhäusern in Deckung genommen. Möglich sind auch gesicherte Kredite zur Finanzierung gewerblicher Immobilien, wie zum Beispiel Mietwohnungsbau, Bürogebäude, Einkaufszentren, Logistik und Hotels. Kommen wir wieder zurück zu Amira. Amira will kein Gebäude kaufen, sondern eine Wohnung. Oder Amira will das Recht erwerben, ein Gebäude auf einem fremden Grundstück zu errichten und 99 Jahre zu nutzen. Ein solches Recht heißt in Deutschland Erbbaurecht. Ist das Grundpfandrecht am Wohnungseigentum oder am Erbbaurecht deckungsfähig? Beim Wohnungseigentum und beim Erbbaurecht handelt es sich nach deutschem Recht um sogenannte grundstücksgleiche Rechte. Sie gelten als Immobilien. Kredit- und Grundpfandrecht an einem grundstücksgleichen Recht können daher einen Deckungswert für den Hypothekenpfandbrief bilden. Wir nehmen an, Amira möchte ein Grundstück kaufen, das sich nicht in Deutschland befindet, sondern in den Niederlanden. Sind auch niederländische Grundpfandrechte, sie heißen dort Bankhypothek, nach dem deutschen Pfandbriefrecht deckungsfähig? Kredite, die mit Grundpfandrechten an Grundstücken eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder einem EWR-Mitgliedstaat, Island, Lichtenstein und Norwegen gesichert sind, sind grundsätzlich deckungsfähig. In diesen Rechtsordnungen gibt es grundpfandrechtliche Sicherheiten, die so ausgestaltet werden können, dass sie für die Deckung geeignet sind. Trotzdem gibt es in jeder Rechtsordnung Besonderheiten. Der VDP hat deshalb für viele Rechtsordnungen Checklisten erarbeitet, die den Pfandbriefbanken dabei helfen, ausländische Grundpfandrechte in Deckung zu nehmen. Wir nehmen an, Amira möchte ein Grundstück kaufen, das sich in Argentinien befindet. Sind auch argentinische Grundpfandrechte nach dem deutschen Pfandbriefrecht deckungsfähig? Nein. Das Pfandbriefgesetz erlaubt die Entdeckungnahme von Krediten, die mit Grundpfandrechten an Immobilien außerhalb der EU besichert sind, nur für ganz bestimmte Drittstaaten. Dazu zählen die Schweiz, das Vereinigte Königreich, USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Singapur. Für diese Drittstaaten sieht das Pfandbriefgesetz weitere Beschränkungen vor. Das Gesamtvolumen der Deckungswerte in Drittstaaten ohne Insolvenzvorrecht darf nicht höher sein als 10% des Gesamtvolumens aller anderen Deckungswerte. Beim Insolvenzvorrecht geht es, wie wir bereits gelernt haben, um die Insolvenz der Pfandbriefbank. Nur in den Rechtsordnungen der Europäischen Union ist gesetzlich sichergestellt, dass die Pfandbriefgläubiger über das Insolvenzvorrecht des deutschen Pfandbriefgesetzes geschützt werden. Außerhalb der EU gibt es keine gesetzlichen Regelungen, die diesen Insolvenzschutz gewährleisten. Der VDP hat für einige Rechtsordnungen Vertragsmodelle erarbeitet. Sie erreichen einen vergleichbaren Insolvenzschutz durch vertragliche Vereinbarung und ermöglichen somit die Indeckungnahme über die 10%-Grenze hinaus. Zum Beispiel wurde für das Vereinigte Königreich im Zusammenhang mit seinem Austritt aus der EU ein Vertragsmodell für Hypothekenfinanzierungen entwickelt. Dadurch wurde erreicht, dass die Deckungswerte deutscher Pfandbriefbanken im Vereinigten Königreich nicht unter die 10%-Beschränkung fallen. Weitere Beispiele sind Hypothekenkredite in den USA, der Schweiz und Japan. Wir nehmen an, Amira will kein Grundstück, sondern eine Eigentumswohnung in Spanien kaufen. Das Wohnungseigentum heißt in Spanien Propriedad Horizontal. Sind spanische Grundpfandrechte an einer spanischen Eigentumswohnung nach dem deutschen Pfandbriefrecht deckungsfähig? Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das Pfandbriefgesetz sieht vor, dass Grundpfandrechte an grundstücksgleichen Rechten aus pfandbrieffähigen Rechtsordnungen eine vergleichbare Sicherheit bieten müssen wie Grundpfandrechte an deutschen grundstücksgleichen Rechten. Die Prüfung der Vergleichbarkeit ist aufwendig und komplex. Dabei geht es im Wesentlichen um den Schutz der Grundpfandgläubigerin vor einem entschädigungslosen Verlust ihrer gesicherten Rechtsposition. Gesetzgebung, Vertragspraxis und Rechtsprechung der ausländischen Rechtsordnung werden dabei untersucht und bewertet. Die Deckungsfähigkeit muss in jedem Einzelfall anhand der konkreten vertraglichen Vereinbarungen, teilweise mit Hilfe von eigens hierfür entwickelten VDP-Checklisten geprüft werden. Der VDP hat bereits ausgewählte grundstücksgleiche Rechte aus anderen Rechtsordnungen auf ihre Vergleichbarkeit untersucht und sieht die Deckungsfähigkeit unter anderem gegeben bei In den Niederlanden die Erfpacht und das Recht von Obstau, der ewige Niesbrauch in Polen und in Spanien Derecho de Superfici, Proprietat Horizontal und in den USA die Ground Lease.